hey leute wie geht's wie steht und hier ist der joshigamer ich heiße euch alle herzlich willkommen zu einem paar let's play 500 phase sister location wir sind das letzte mal gestorben als wir vom ball hoch herkillt worden sind und sollen immer noch in den raum nach links um da alles neu zu starten deswegen versuch es noch mal ganz leise machen alles ok also wenn ich das richtig verstanden habe geht sie weg wenn wir uns nicht bewegen oh es ist krief Leute es ist unangenehm es ist richtig unangenehm es sieht aus wie ein langer lang präsentiert so schnell und so ruhig wie möglich Nein. Nein, wir hören nicht auf den Kerl. Wir machen einfach ganz langsam weiter. Da ist sie hier. Oh, ist das so unangenehm. Hier. Stehen, weil ein bisschen wieder weg ist. Das ist unangenehm, Leute. Oh mein Gott, das ist kippig. Wir haben es fast, Leute. Fast. Aber es scheint zu funktionieren. Das ist kippig. Das ist kippig. Das ist Freddy! Feel free to disconnect the interface temporarily until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep! No one is here! Go back to your stage! Everything is okay! Everything is okay! Let's go back to sleep! Oh, calm down! I think it was just a mouse! Oh, mein Gott! Was sollen wir jetzt eigentlich machen? Nope! No one is here! I know your owner is not aware! We're gone, baby! I want birds! It's bedtime! Let's go back to our stage! Oh, mein Gott, that's just me waked! Holy fucking shit! You must be hearing things, silly! Geh zurück, Freddy! Hau ab! Ah! Der Arsch bewegt sich als normal! Okay, and go back to sleep! No one is here! Ah, er ist zurückgelaufen! Okay, and go back to your stage! Everything is okay! Everything is okay! Let's go back to sleep! Oh, calm down! I think it was just a mouse! Oh, calm down! I think it was just a mouse! Oh, okay! Oh, okay, er geht zurück! Oh, okay, er geht zurück! Let's go back to our stage! Der geht immer mehr zurück! Mit diesem Geräusch, okay! 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 Das heißt, er bewegt uns davon zu, wenn wir die Kamera oben haben. Deswegen müssen wir eins starten und danach sofort wieder gucken! Okay! Okay! Fangen wir an! Calm down! Let's go back to sleep! No one is here! Ich muss jetzt die Maus zeigen und die ganze Zeit draufhalten. Es ist voll schwer! Irgendwie! Go back to your stage! Genau! Geh back to your stage, Freddy! Genau, so sieht es aus! Geh zurück! Oh, ist das gruselig, alter! Leute! Ich hab das Gefühl, der kommt jetzt näher anstatt... Geht weiter weg! Okay! No one is here! It's bedtime! Let's go back to our stage! Okay! You must be hearing things silly! Haha! Hey, fly fly! I think that's the birthday! You must be hearing things silly! Genau! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg, Freddy! Geh weg, Freddy! Geh weg! No one is here! Schnell! 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 Er hat sich keinem Stück bewegt! Das haben wir gut geschafft! Das haben wir sehr gut geschafft! Ich denke, es war nur ein Maus. Nein, niemand ist hier. Es ist bedtime. Wir gehen zurück zu unserer Stage. Du musst mich nicht kümmern. Wir sind doch ehrlich zueinander. Du willst mich nicht. Also geh weg. Ich hoffe wir machen das doch richtig. Vielleicht müssen wir es abspielen und dann. Nein, niemand ist hier. Es ist bedtime. Wir gehen zurück zu unserer Stage. Vielleicht sollen wir das abspielen und dann die Kamera anmachen. Nochmal. Ne, ich war verkackt. Geh zurück und geh zurück zu sleep. Niemand ist hier. Geh zurück zu unserer Stage. Alles ist okay. Nein, bleibt da drauf. Nein, bleibt da drauf. Okay. Geh zurück in die Ballora-Gallerie. Geh zurück. Und wir sehen uns morgen wieder. Okay. Okay, 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 okay. Das gleiche wie vorhin nochmal. Also. Wir sind zurück ohne zu rennen. Ohne schnell zu krabbeln. Und wenn wir Ballora hören. Wir müssen bestimmen. Wir müssen bestimmen. Nein, hier ist niemand. Hier ist gar keiner. Niemand zu Hause. Ich kann jemanden über meine Zimmer hören. Nein. Das bildet du nur ein. Hier krabbelt nichts. Ich höre sie auch nicht. Ich bin voll angespannt. Vielleicht nicht. Ich will nichts falsches drücken jetzt. Hier ist niemand. Alles gut. Tanz du mal da weiter deine Runden und und und. Alles gut. Niemand zu Hause. Schafft! Oh, geschafft! Oh. Das war's. Oh. Das war's. Oh. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wenn die zwei Schiffe, die in der Nacht rekindle, ihre lange verlassenen Liebe. Dure morgen, um zu wissen zu können. Okay, wir gehen da schlafen und machen morgen unser Ding unten in uns. Daddy, just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Wer ist das? Ja, wer ist das? Genau, wer ist das? Du musst wirklich fragen, was ich mit meinem Leben tun, was meine Freunde sagen würden? Und das ist wichtig, will ich meine Familie wiedersehen? Wir verstehen die stresses von einem neuen Job und wir sind hier für Sie. Um zu helfen, einen mehr stabilen und relaxingen Raum zu machen, wir offeren mehrere Musiker-Selektions zu helfen, zu machen dieses Elevator-Ride so relaxing und therapeutisch wie möglich. Wir offeren Contemporary Jazz, Classical, Rainforest-Abiance, sowie eine große Selektions-Selektions-Selektions. Using the keypad below, it seems you had some trouble with the keypad. I see what you are trying to type, and I will auto-correct it for you. Thank you for selecting Casual Vongos. Now that your Elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. please enjoy the rest of your descent. Nachtdreier. Ja, Leute, aber ich würde sagen, das reicht erstmal für diesen Part. Ich weiß, der Power-Part ist jetzt viel, viel kürzer. Ähm, ja, ist zwar doof, aber diesmal ist der Part kürzer, daher, dass ich diesmal zwei Let's Plays ineinander gemacht habe. Heißt, das, was ihr jetzt heute Morgen geguckt habt, das habe ich auch dann schon, äh, vorher gemacht, aber ist ja immer besser. Das heißt, ich konnte jetzt mal sogar zwei Let's Plays hochladen. Nur, dass es eins am Morgen ist, eins am Abend. Und ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Und, ähm, auf jeden Fall, gebt mir einen Daumen nach oben dafür, dafür, dass wir die Stelle geschafft haben. Und das mit Freddy vorhin war ja echt übel. Das war ja richtig übel, Alter. Alter, ich bin ja mal gespannt, was da auf uns zukommt. Was ich noch ganz interessant finde, ist ja, dass die Animatorics richtig mit uns reden können. Das macht es nochmal ein bisschen grusiger als überhaupt schon. Aber, Leute, wir finden beim nächsten Mal raus, was auf uns jetzt da drin wartet. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Five Nights of Freddy's Sister Location. Bis dann, euer Yoshi Gamer. Haut rein. Ciao, ciao, Yoshi.